Happy birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RedDocGamble. Heute ist Donnerstag und heute spielen wir Days After und ich werde mal sagen... Ich muss ein Update machen. Bis gleich! Okay, dann würde ich mal sagen, los geht es. Ich gehe mal kurz in die Basis rein. Und... Ich würde sagen, wir machen einmal die Abwurfstelle. Schon eine halbe Stunde vergangen, das hat ein Update. Weil ich habe Update gemacht und dann war auf einmal Internet weg. Ich musste gerade den Router wieder neu starten. Aber jetzt läuft es. Gut. Ich würde sagen, wir machen einmal hier die Abwurfstelle. Äh... Den hier mit? Dazu. Wir nehmen die Frau mal wieder mit. Sie müsste ja schon ganz ausgewohnt hier vorne liegen. Da ist sie. Hallo. Los, komm mit. Ich habe gestern Abend mal wieder gespielt. Deswegen... Geht das... Nicht? Okay. Das ist ein Angebot. Ne, war mit. Aber es war nicht. Mit. Über etwas... Überhaupt etwas mit einem... Null Sterne Dingsbuch. Ah hier. Nein. Wir nehmen auch Sterne. Wir haben auch alle Sterne. Frühsterne brauche ich gar nicht mehr. Wir haben am vorletzten Stern. jetzt essen trinken das bietet der hajo bei uns an ach ich habe kein gold mehr so nur die leichte abwurfstelle machen das andere wir nicht schaffen bis gleich ich lauf mal rüber wir sind bei der abwurfstelle also 0 geschafft 1 aber schon mal geschafft zwei habe ich auch schon mal geschafft hat er das maschinengewehr mit ich sage wir schon erst mal was wir uns alles kaufen aber nicht wichtig ich habe 700 gold oder kronkord das ist das richtig gute erst mal drei davon oh ach ich hab nur noch 700 jetzt habe ich nur 79 gold kronkord hat eingeschaut da steht ja die anzahler kronkord kronkord hat eingeschaut ob ich das schaffe ob ich das schaffe 25 ich finde zwei kronkord da könnte ich mir wenigstens noch einkaufen noch zwei kronkord kronkord okay wir machen keine abwurfstelle mir fehlen noch zwei kronkord ich will noch ein gewehr kopfschmerzen was mache ich denn jetzt also hier war ich gestern gewesen da kriege ich keine für den schraubplatz würde ich Münzen kriegen oder eben supermarkt supermarkt halb und wasser ich war bislang nur einmal damals in der mine sollen wir da reinrennen rückrennen ja das ist ja nur der einzelne und das ist der einzelne hier das loch war der einzelne der bär auch das gehört platz hier ist auch nice aber hier gibt es sehr selten bei den kleinen sehr selten die Münzen hier gibt es die Münzen das weiß ich hier meine ich auch bei denen glaube ich wiederum nicht oder bei denen ja da kommt man ja dann hier in der basis von hier unten hier unten so ein tal drin oder was ist das ne ne das war die hier ne die basis verwechseln ja ich glaube das hier die basis ich glaube wir rennen hier rein ja wir machen mal wieder die mine da waren wir ja schon ewig nicht mehr dann bis gleich ok wir sind in der mine es geht los ich habe total vergessen wie die mine ging ok ok das war ne mauer bei dem bei dem muss ich im lauf ok war die opfer hier auch schon gut ledig Jawohl. Wurst kaputt, schnell was anziehen, einmal was trinken, was ist denn das da? Ich will das Verbandsmaterial mit haben, ach, da war schon was, was ich brauchte. Jetzt machen wir erstmal die Minen. Wurst kaputt. 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 Alter was, ein Zombie macht mich hier schon fast kaputt. Alles weggesteckt, was ich hier habe. Ahja. Okay, warte, den schaffe ich dauernd. Ja, bitte. Okay. 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 Oh, jetzt kommt die da gepisst. Okay. Ja. Mein Kind. Mein Kind. Ich habe hier gerade Geräusche gehört, dass einer mitläuft. Dabei war das eine Frau hier wahrscheinlich. Ja. Das ist der Spucker. Ja. 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 ein richtiger ein normales in hauschen Das ist ein bisschen schrecklich. Komm zu mir. ah das wollte das kater schlagen dann hat es mich aber gesehen das kam ja spukado Ich bin doch hin. Nein, ach Mensch, ich wollte auf das Ding jetzt drücken. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Kibis verschickt. So, haben wir fertig. Weiter geht's. Da sind noch ein paar Zermister um, okay. Da hinten müsste auch noch ein Zombie sein. Ja, da kommt noch zwei Stück. Jetzt haben wir eine schnelle. Beide grün. Seucht. Mal jung. Oder meine. Ich bin Schwein. Oh ja. Oh ja, Schwein. Noch einer. Diese Fese. Okay. Einmal. Das hier. Einmal. Das hier. Einmal. Ach. Uhhh. Oder. Oh. Oh. Ich bin noch nicht einmal in der Mine drin. Ich war auch dauernd. Hier vorne ist alles clear sein. Kürze die Kiste klar. Jetzt kommen noch mal zwei starke Zombies. Ähm, warte mal da. Einmal das dran. So. Okay. Sie hat ihn gekillt. Jetzt kommt der nächste Starke. Kack. Ein Kill. Das war's jetzt eigentlich hier. Ja, hier ist alles weg. Okay. Dann können wir einmal hier draußen alles abluten. Das Rehm ist unten. Das ist eh fein. Okay, die Bären. Dann pflick ich mal hier alle Bären weg. Dann kann ich hier einmal gucken, ob ich hier was habe. Nehmt ein Kürbis. Kürbis. Wenn auch die Dinge sich nehmen. Was ist denn ein Kürbis? So ein Kürbis hier. Wir haben hier auch ein Kürbis. Kein Kürbis Kopf mehr. Mann doch. Ach nicht. da kriegst du die kerne her dafür habe ich gerade das eingeteilster seite einmal abfahren hier alles wir rufen mal kurz und packen ein paar sachen zur seite und looten die sachen die ich so jetzt looten kann ist euch erst die axt oder erst die kleine kiste noch gar nicht aufgemacht vielleicht ist da ja selber vielleicht ist da ja schon eine axt drin oder ein hammer die sachen hier raus kann nichts mehr tragen dann machen wir zuerst mal was nehmen wir denn da kleber Sack, küsst wer ab? Die Axt Steine, ok Wir bauen erst die Axt So, bauen Steine habe ich genug also Axt Ja, ich habe mich auch nicht gesehen, daher ist das ja egal Ich habe euch die starke Axt nicht Die habe ich auch noch in der Basis Ich muss gleich noch mal kurz nach Hause laufen Die Anderen Sachen holen Ich wollte jetzt erstmal nur hier die Axttullen zusammen farmen Damit ich gleich einmal kurz hinlaufen muss So Klappbares mit sammeln So So, die Truhe ist leer Die hier oben ist auch leer Die ist auch leer Die ist auch leer Die ist auch nicht ganz leer Die sind die Die Diese Und dann kommt jetzt einmal der Hammer dran, das dauert ein bisschen länger jetzt mit den Hammer, weil da war schon sehr viel gewesen, aber es waren auch Sachen dabei die nur mit den großen Hammer abzubauen gegeben. Deswegen, ich glaube hier unten war irgendwas hier, was mit den großen Hammer Meinen ich. Ne, normale Hammer. Ton, normaler Ton, normaler Ton. Eis. Da kann ich noch Sachen reinschmeißen. Die Tua ist total vergeben. So, jetzt. Weiter. Also habe ich diese Truhe und die eine da unten, da müsst ihr eigentlich alles rein kriegen. Also hier von dieser Truhe noch die Sachen reinfüllen. Das kriegt er nicht mehr raus. Doch, kriege ich noch raus. Schön. Passt zusammen. Hier eine volle Truhe und hier die volle Tasche. So, jetzt kommt es an die letzten Sachen abzuholen dran. Ne? Irgendwie so. Dann habe ich schon mal das Vorgebirge von der Mine fertig zu messen. Die Kübisse in der Truhe reingeschmissen, ich Trottel. Na komm. Na komm, nochmal was halt. Es war die ganzen Bären auch. Sofern ich hier bei Null ankomme. Oder vor Null besser. Bei Null wäre es zu spät. Ich fange schon mal ein an zu essen. Ich muss noch mehr essen. Ich muss die Kübisse holen. Warte mal. Hier ist noch. Ah. Kübisskern. Wisst ihr? Deswegen packe ich alles nach vorne. Damit ich ja nichts vergesse. Ja. Gewiss. Wo seid ihr? Ne. 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 Schon einer aufgefüllt hat. Oh. Hat die Kübisse auch schon weg. Nein. Da geht nichts mehr rein. Hier. Aber nicht. Weiter fahren. Gehen bei. Ich will was futtern. Okay. Kauna ist gestillt. Hunger ist wieder da. Und gestillt. Und gestillt. Und gestillt. Was? Geheiß das ich kenne was looten oder nicht? Was ist denn? Kopfschmerzen. Aufschmerzen. Warte mal. Machen wir es da einfach. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt hier wissen. Dann habe ich einen Platz freien. Oh. 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 Hier ist noch was. Wieder ein bisschen Platz schaffen in der Tasche. Okay. Machen wir Platz. Und den Rest einsammeln. Dann sind wir fertig. Dann laufen wir mal kurz nach Hause. Liefer die Sachen ab. Dann laufen wir wieder zurück. Darf ich wieder her. Hin, her, hin, her. Ihr wisst was ich mache. Also dann. Bis gleich. Okay. Wir sind wieder hier. Warum gehe ich jetzt eigentlich online? Ich wollte eigentlich nur online. Warum gehe ich jetzt auf Aufnahmen? Ich wollte nur die westlichen Kisten holen. Na ja. Komm. Schauen wir mal alles ab. Hm. Alles passt da nicht rein. Kann ich was hier? Ja. Vielleicht da doch mal was. Die Schwefel ist noch da. Wir machen was ich gleich brauche. Für den Angriff. Für den Angriff. Auf der Mine. Okay. Ich glaube. Ich habe alles hier. Ich werde gleich noch mal Verbandsmittel holen. Und dann geht es los in der Mine. So. Okay. Wir sind wieder hier. Und jetzt geht es nach unten in der Mine. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. So knapp. Ich werde erst mal. Natürlich. Wie beim Fernkampf Waffen mitnehmen. Und. Was waren hier alles Nahkampf Waffen? Ach. Ich habe nur zwei Nahkampf Waffen. Okay. Das passt doch. Wie beim Nahkampf Waffen. Zum Farm Design was er jetzt noch hier. Da werde ich jetzt. Den rein setzen. Den rein setzen. Ich habe mir vorsichtshalber ein. Eine Mütze. Und ein. Eine Jacke. Mitgenommen. Mal kurz davor sind kaputt zu gehen. Und ich habe mitgenommen. 20 mal. Ein Tee. Gester Tee. Bären Tee. Und zwei große. Sanitäts. Ich habe noch etwas zu essen. Ich habe noch etwas zu essen. Aber. Geh. Jetzt bitte. Ja. Mütze ist schon kaputt. das trinken zu aufsetzen aber dort hier geht es zum bären entschieden hier waren die Pilze, die ich irgendwann mal farmen wollte da brauche ich die große Axt ok, der erste ist down der zweite ist down schaut mich einer an wie ein Zombie ist das? da hinten müsste der Bär irgendwo sein ich gehe erstmal hier rein ok so, ist klar schon fertig hier unten mit der Mine, war war ja gar nicht so groß lieber den da unten ach, der hat mich erwischt nein der hat mich erwischt soll ich das jetzt schon nehmen? rechts 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 unten da sind die die sind wichtig ach stimmt, das ging noch hin nach hier unten richtig weit ne shit ich habe nur eine halbe Stunde und nicht mal mehr 23 Minuten zack geht zwei schnell looten zu du dr zu 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 auch sch zu 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 Soll ich jetzt noch mal einfach ins Zeugskasten hier Voll verseucht Er ist schon kaputt Oh, ein Feuerzombie Ich glaube wir gehen nächstes mal nochmal hier rein Wird doch größer als ich dachte Oh, eine Mist Schauen wir nochmal rein den Zombies an Schöp 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 Da ist der Bär So, woher? Scheiße Es reicht nicht Schöp Auch schon sehr gut freund gekommen hier Entlaut Ich bin auch schon wie alle tot Zu langsam Ich bin auch schon hier Unterarmen Ha? Meine Pilze Was ist das? Das war richtig knapp wieder. So, ich glaube weiter werde ich auch nicht gehen. Ich dachte, das wäre eine Feuerzombie. So, ich gehe zum. Okay. Ich werde einmal nach Hause flitzen. Das war es. Ich habe nur noch die 17 Minuten Zeit, werde ich hier gleich abfarmt. Und ja, dann bis gleich. So, ich habe noch 10 Minuten Zeit und werde jetzt probieren, noch so viel wie es geht abzufarmen. Dafür nehme ich hier erstmal meine ganzen Sachen mit. Ich habe natürlich noch Waffen mitgenommen, weil ich weiß, dass da ja noch ein paar Zombies sind. Nicht, dass ich hier in ein Zombie auf einmal reinlaufe und mich nicht wehren kann. Deswegen freue ich euch jetzt auch ein paar Zombies mit, ein paar Waffen mit. Dann wäre allerdings... Okay, hier brauche ich die Axt für. Die man ja, wird direkt angezeigt. Die brauche. Also, das ist ein Maler Schritt. Man muss hier den großen Hammer füllen. Ich packe mal hier kurz die großen Sachen weg. Die kleinen nehme ich hier so mit. Wir werden es einmal so abfarmen. Vor allem LKW ist meine starke Axt und starke Hammer. Ich muss natürlich gleich aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich nehme mal hier die Ruhe einmal kurz entgegen. Und hier ist nur noch der große Bär. Der mutanten Bär. Vor dem muss ich mich aufpassen. Vor dem muss ich mich in Acht nehmen. Aber ich glaube, den würde ich jetzt nicht bauen. Ach, der eine Zombie ist gar nicht gelöstet worden. War meine Tasche vollgelegt. Können wir jetzt wieder machen. Gar nicht hinlaufen. Das scheint gefährlich zu sein. Hier sind die Pilze. Bisschen schnell laufen. Wann ich hier vor was? Nee, ich brauche nicht. Meine Tasche ist ja auch voll. Warum rufe ich denn jetzt schon das Pferd? Immer wenn Hektik ist. Da war es. Ja. Okay. Dann machen wir mal kurz hier oben weiter. Zombie? Oh, schön, das ist auch nicht. Hm. Oh, noch sechs Minuten. Pilze, hurra. Wann kann ich denn eigentlich die Pilze schon abfarmen? Wer will noch was abfarmen? Sind aber da dran vorbei? Wer will so einen Bären? Was willst du beim Bären? Ich habe nur das hier zum Futter. Ich kriege den doch nicht tot. Warte, 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 warte. Warte. Ach so, ich verstehe. Ich habe gar keine Axt mehr. Äh, keine Dingens mehr. Kein Hammer. Ich habe nur das hier zuhause. Deswegen, wenn ich... Unten war, was zum Looten, was er aufsammeln konnte. Deswegen wollte er da immer hin. Ah, fünf Minuten, schaffe er den Bären nicht klauen. Da war die doch geschafft, Alter, was? Da war ja leichter, als ich dachte. Was wolltest du jetzt dahinten? Oh, hier sind so viele schöne Sachen. Gibt's doch nicht. Da habe ich Schuhe mit. So, machen wir mal so hier, packen die Sachen weg. Da möchte er hin. Wo möchte er noch hin? Von Bär die Sachen aufsammeln hier. Zombie-Looten. Guck's ja voll. Egal, kommt er noch hinlaufen. So. Wirklich voll. Ach, ja. So. Wo möchte er jetzt noch hinlaufen? Kaputt. Gut. Eine ist kaputt. Das war das letzte, was ich mit der Axt einsammeln konnte. Da muss ich schnell zurücklaufen. Arminatur alle schmeißen, wir zurücklaufen, dann die restlichen Sachen hier looten. In zwei Minuten muss ich los. Also schaffe ich nun mal einen nicht. Dann komme ich ein paar Minuten später zur Arbeit. Vielleicht fünf. Sonst sage ich schon mal ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal weniger neu sein. Bis bald. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.